Ja, einer kommt bei euch rein und zwei Leute stehen doch links, oder? Ja, der Typ ist hinter diesen Barrels damit ab. Ja, aber, hä? Sag mal, cheat'n die? Nein, die cheat'n. Ich glaub, ich wüsste es nicht. Äh, der Jiggle piekt das? Hahaha! Warum spielt der eigentlich Mod? Ja, äh, keine Ahnung, weil wir die Map noch nie gespielt haben und die sieht doch fresh aus. Ich hab keine Ahnung von der Map, Jungs, ne? Ich geb B, oder? Oh mein Gott, wie komm ich ab? Wie komm ich ab? Digga, ich bin irgendein, wenn ihr abatmet, Digga. Ja, rechts da. Ja, ich seh's schon. Ja, schimma, schimma. Ja, ja, ich seh's schon. Bruder, hier ist einfach ein Baustell, ey. Wo ist's mach'n? Ist ja B, doch. So, ich versteh' nichts. Aber der Rentner, Digga, er läuft nicht mal mit. Digga, die kommen noch an die Hunde, ich hab das jetzt schon. Hä, und jetzt? Dann da rechts, ins Haus, Digga. Ja, wie soll ich denn da hochkommen? Ach so, korrekt. Da ist rechts das Haus, hier, da die Tür aufmachen. Ach, das mein... Wo bin ich, wo bin ich? Wo bin ich? Ich bin drauf, ich bin hinter den. Ah, nein! Wo bin ich? Da oben, aber irgendwo, Digga, keine Ahnung, Digga. Ja, da oben, Digga. Ich hab gar keine Ahnung von dieser Scheiße... Da oben ist einer, Digga, safe. Ja, ja. Hat Lob. Ist okay. Wann ist Lob? Einer vor weh? Irgendwo ist Tür offen. Hä, wo sind wir hier? Aber, Sman, was bringt das? Was? Ich bin doch hier, wo ich... Baloo ist doch eh schon hier drauf, hä? Mitte steht. Sman ist dumm, sorry, aber der rafft die Laufwege nicht. Das ist halt genauso schnell. Er wollte doch nur zeigen, dass er die Map kennt. Boah, ich hab diese Map noch nie gespielt, ich hab dich getrollt. Okay, nice troll. Ähm... Hör, Bruder. Mitte raus, Mitte raus. Ja. Da stehen noch zwei am Spawn. Das ist ja... Digga. Ey, Bruder. Ja, einer kommt bei euch rein und zwei Leute stehen noch links, oder? Ja, aber, hä? Sag mal, cheaten die? Nein, cheaten. Äh... Immer weg, Bruder. Immer weg, Bruder. 50 HP, Mitte. Ich hab so Bock auf den Spawn, das geht schon. Bitte. Noch einer, noch einer. Dings, links, es kommt nicht. Was geht durch? Hat mir ja nix. Muss reingehen, ey. Halfwertspiel hat er. Der ist einfach A, der Kleine. Oh, bitte, bitte. Hoffentlich kannst du jetzt so ein Wallbang gut machen. Oh, hoffentlich, hoffentlich fickt der dich. Ja, ja, ja. Oh, ja. Falsch, das ist ein Wallbang gut. Das ist ein Flash-Hutzer, oder? Das ist ein Flash-Hutzer. Das ist ein Flash-Hutzer. Das ist ein Flash. Das ist ein Flash-Hutzer. Das ist ein Flash-Hutzer. Oh, 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 oh. 97 in 4, Bruder. Oh, 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 oh. Oh, Mitte, kannst du mich boosten? Oh, mein Gott. Er zieht aber rum und prefired mich, oder? Oh, schluck das. Oh, einer ist am Spoil. Der Jiggled peek, das? Muss hier sein. Hier, vielleicht auf diesem Ding da. Komm mal her. Komm mal her. Vielleicht hier? Die sind schon durch, ihr Esels. Aber, aber da brauchen wir die Esels. Ja, okay. Ich raff sie irgendwie nicht, hä? Wo kann man sich boosten, Digga? Oh, mein Gott. Mitte, Mitte. Auf B, auf B. Digga, es geht nichts rein. Da hat es 3 HP, 3 HP, Balou. Ich sag dir so, wie es ist. Ich glaube, der erste Tweet ist. Ich sag das doch die ganze Zeit, hä? Good fuck. Sag dir so. Okay. Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Das ist ein KLM, meine Damen und Herren. Boah, was hast du hier gebraucht, Alter? Boah, was hast du hier gebraucht, Alter? Boah, ho, 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 ho. Leise bitte. Spredator, Liga. Ich spot dich, spot dich. Da sind zwei. Das sind acht. Noch einer. Noch einer. Noch einer. Noch einer. Ne, hinter mir auch. Oh mein Gott. Nein, hier, hier, hier. Wo? Hier. Ja, hallo. Boah, ich geh mit Balou ein bisschen. Balou, fick ihn. Yo. Das ist echt gut. Das ist echt gut. Das ist echt gut. Geh, geh. Nein, nein. Guck mal, er hat auch zu schießen, Kalim. Er aimt da close up. Ja, okay. Mach Tyro. Wow. Wow. Das ist der Kalim. Das ist krass, der ja. Das sind alle sehr krass, ja. Bam. Echt. Hä? Boah, er spielt doch das eigentliche. Er spielt da nur hier. Aber man kann da drin liegen? Ja. 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 Guck dir. Jetzt aimen die mich beide vom Spawn ab. Das ist krass, alter. Ja. Also wenn du mehr man noch erzählen willst, dass die nicht cheaten. Ich komm. Mach eine bitte. Guck mal, guck mal den Loh an, guck mal! Idiot! Guck dir die ganze Zeit von mir weg, jetzt macht's doch Sinn! ABP! Jaaaa, jetzt kommt... Ey, das ist vorbei, ich glaub... Ey, aber guck mal... Ich glaub, to be honest, ich glaube, da cheaten vier Leute von denen, ne? Schön! Gut! Schönes Wetter! Ich bin blind! Ich höre nicht, ne? Die kommt! Fimes, man, schießt auch noch, damit die das hören, dass du da bist, oder? Ich... ich hab den so hart geblatet! Ich will nur den, die machen! Bitte, der! Der ist nicht da oben! Die kann man halt easy fehlen, Digga. Ich hoffe, ich hoffe, dass du jetzt noch mehr Wall Banks kassierst von diesem scheiß Mr. Salty, Digga. Damit du das mal in deinem Schädel raffst, dass der eh am Cheaten ist. Ja natürlich cheaten die aber trotzdem. Wie soll ich nicht LMS sein, wenn die vor mir wegbleiben? Wir drehen die Zeit kurz 10 Runden zurück. Das ist so. Man weiß doch nicht. Ja, die spielen den Boost gerade. Jetzt geh rechts rum rum und ich geh da links rum. Nice Tuck. Achso, der hört dich nicht, oder? Au, der kommt schon auf. Der kann man nicht durch. Der ist links drinnen, warte ich. Der ist rechts, der ist rechts, der ist rechts. Die Waffe ist rechts. Warte mal, ich fick ihn. Er pickt einen, er pickt einen, er pickt einen. Pick ihn. Life ihn, Digga, wenn du kannst life ihn, bitte. Warte, warte, warte. Kann ich warten, 14 HP hat er noch. Was? Weiter, weiter. Wo willst du mich da mithelfen gehen? Warte mal, legt Pongen. Keine Ahnung, wo der rumläuft. Was steht? Legt auch noch einer. Okay. Okay. Ne, nur eine Runde mehr. Keine Ahnung, was der Typ tut. Tschüss. Genau, der. Der ist da drinnen gekommen. Der ist da drin. Geht. Geht. Ja, kannst du vergessen, Bruder. Vor allem der eine hat mich auch schon angeschossen von hinten oder so. WTF? Ach, Sano, wie schaffst du das, ne? Du spielst keine A bis 16% Action. Ja, keine Ahnung, ich spray die halt weg, ne? Ich glaube, ich geh jetzt echt ab in die Slots, Alter. Auf Wiedersehen.